Als ich meiner Familie weggenommen wurde, war ich neun Jahre alt. Man steckte mich in ein Heim für schwer erziehbare Kinder. Ich dachte, ich hätte schon genug gebüßt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020